Musik Hallo Lego-Freunde, diesmal habe ich für euch wieder ein kleines Exklusiv-Set und zwar die 486. Das ganze Set nennt sich Ostern, ist aus dem Jahr 2014 und das Set gab es in den Lego-Stores oder im Lego-Online-Shop ab März und wahrscheinlich so lange, bis es ausverkauft ist über Ostern. Das ganze Set enthält 106 Teile und die Altersempfehlung von Lego ist 7 plus keine Minifiguren. Aus den 106 Teilen kann man dann diesen Hasen zusammenbauen mit einer Karotte bzw. einer Möhre und laut Lego soll das dann auch ein Osterhase sein. Ich sehe jetzt aber bis auf den Hasen nichts weiter österliches an diesem Set, darum bin ich der Meinung, das kann man getrost auch das ganze Jahr stehen lassen. Von Lego gab es ja schon diverse Osterhasen, die auch mehr auf Ostern hingedeutet haben mit Ostereiern oder einem Osterkörbchen. Dafür hat unser Osterhase hier diesmal eine Möhre mit, diese Möhre besteht aus insgesamt 9 Teilen unter der Spitze, versteckt sich noch eine kurze Technikachse und hinten dran gibt es sogar einen grünen Strunk. Das Schöne ist, die Ohren von dem Hasen lassen sich verstellen, klappt man diese nach unten, schaut er etwas traurig, als ob man ihn gerade die Möhre weggenommen haben, wie wir gerade. Die Arme lassen sich verstellen, die Ohren, klappt man wieder nach oben, dann schaut er schon etwas freundlicher, die Beine und der Kopf sind nicht verstellbar bei dem Hasen. Jetzt geben wir ihm erstmal wieder seine Möhre und wir holen mal unseren Valentinsbär, den wir schon vorgestellt haben, denn die beiden Sets passen wirklich perfekt zueinander. Genau wie bei dem Set vorher, der 408.5, dem Set Valentinstag, kommt auch hier die Baueinleitung zusammengeklappt aus der kleinen Schachtel. Der Aufbau des Sets ist relativ einfach und geht schnell von der Hand. Zunächst beginnt man mit dem Zusammenstecken des Hasens, danach kommt die Karotte dran und zu guter Letzt auf der letzten Seite finden wir dann schon die Teileliste. Das war es auch schon wieder von diesem Set, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und hoffe ihr schaut mal wieder rein bei Bricks4Joe. Tschüss!